hey leute bin heute mal auf einer kleinen runde durch meine heimatstadt unterwegs my hometown wd und ich will euch aber auch nicht die sehenswürdigkeiten oder etwa die schönen dresdnerinnen oder gäste zeigen sondern einfach mal hier die aufgehangenen wahlplakate ich habe hier allerdings nicht vollständig und penibel jedes der reihe noch aufgenommen sondern nur wie sie mir ins sichtigung sind und auch nicht jedes einzelne auch habe ich sie nicht gezählt es ist also keine wertung dahinter auffällig ist nur dass die afd scheinbar die größten hat also leider meine ich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.